Peter Bader stammt aus einer Landwirtsfamilie und wuchs in Weinried bei Baden-Hausen auf. Seine Eltern haben nie ein Instrument gespielt. Die musikalische Begabung wurde ihm offensichtlich in die Wiege gelegt. Kirchenmusik ist für ihn wie ein Gebet. Und Kirchenmusiker ein Traumberuf, anstrengend aber an einem einzigartigen Arbeitsplatz. Herr Bader, es ist ja schon ein eindrucksvoller Ort hier oben auf der Empore. Ist die Basilika für Sie so eine Art Kraftort? Unbedingt, ja. Wenn ich die Kirche betrete, kann ich auch nach wie vor, wo ich es schon zigfach betreten habe, immer wieder nur staunen, weil wenn man bedenkt, was da an Mühe und Liebe in diesen kleinen Details ist, das letzte Detail ist ja dieses Gebäude auch ein steingehauenes Gebet. Und also, wenn man denkt, an diesem Ort wird schon seit die Afra hier begraben wurde, seit dem Jahr 304, ununterbrochen gebetet, wenn man bedenkt, die Benediktiner waren hier mit ihrem Kloster, wie viel Vaterunser oder wie viel gegrüßet sei es zu Maria wurden denn hier schon gebetet. Und ich empfinde das schon so, dass es diesen Ort sehr prägt und intensiviert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017